So, das ist Podcast, meine Kerle. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Hauke. Hallo Micha. Ja, schön, dass wir uns hier wieder so zusammengefunden haben. Und natürlich Grüße gehen raus an alle, die uns jetzt live zugucken. Vielleicht auch nur zuhören, egal wo ihr seid. Grüße aus dem Norden und so weiter. Genau, Grüße zurück und an alle und jeden. Wir sind die drei Lustigen heute mal wieder nur zu zweit. Falls die Frage kommt, der Jean ist unpässlich, nennen wir es so. Ja, ja, genau. Der grüßt aber ganz, ganz lieb, sage ich mal, jetzt einfach so unverfroren. Und im Herzen ist er natürlich immer mit dabei. Ah, genau. Es wird langsam echt Zeit für so einen Jean-Pappaufsteller. Das wäre echt mal eine Idee. Also, falls jemand sowas gerne machen möchte. So basteltechnisch. T-Shirts haben wir ja schon. Ja, das wäre ja mal so eine Maßnahme. Genau. Zwei Wochen ist her. Hat sich denn irgendwie viel getan? Rund um Open Source oder ähnliches, ist jetzt die große Frage. Gefühlt irgendwie nicht, oder? Sagen wir mal, ja und nein. Es tut sich ja immer eine ganze Menge, also wir werden ja fast nichts davon mitkriegen, weil es einfach viel zu viel ist. Von daher ist es ja immer bloß so ein kleiner Ausschnitt von dem, was uns irgendwie interessiert und von dem, was wir überhaupt wahrnehmen. Ja, also man könnte wahrscheinlich viel, viel mehr machen. Also so ein endlos Stream darüber. Ach übrigens, hast du schon das neue Commit von XY gesehen? Ach, das ist ja eine tolle Sache. Und nee, das haben die jetzt ja gerade nicht so gut gemacht. Aber von daher ist es immer bloß ein ganz klitzekleiner Ausschnitt von dem, was sich da wirklich tut. Aber so ein paar Sachen haben sich ja doch irgendwie soweit bemerkbar gemacht, im positiven oder negativen Sinne, dass wir da was zusammengekratzt haben. Also auf meinem Zettelchen, ha ha ha, ihr könnt die nicht lesen, aber ich, haben sich denn drei Punkte angesammelt. Und was hast du so für dieses Mal? Nee, ich habe so vielleicht zweieinhalb. Es kommt ganz drauf an. Ganz spannend, was ich heute so in meinen Newsfeed bekommen habe, ist auf Proxmox-Seiten passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Punkt ist, den du bei dir hast. Das gehört so in die Kategorie Geister, die ich rief. Also ich weiß nicht, ob du die gleiche News hattest mit, es gibt jetzt ein Import-Wizard für VMware ESXi-VMs. Genau. Ah, okay. Ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, war das Feature schon in der Pipeline oder ist das quasi die Reaktion auf die Broadcom-Übernahme von VMware? Das ist natürlich eine gute Frage, ob man, also von dem Artikel, den ich gelesen habe, also ich schätze mal, du hast denselben bei Linux News gelesen oder hast du es gesehen? Also da ließ es sich ja eher so, als ob die da schnell was gebaut haben, aber man weiß es ja nicht. Also es könnte ja sein, dass die auch sofort nach dieser Übernahme und dem, was danach gekommen ist mit, vor allem wer vergrault, die ganzen Partnerunternehmen, die eher kleineren Händler so weit, dass sie sich gedacht haben, Moment, was wäre jetzt eine gute Idee? Was könnten wir machen, was könnten wir machen, damit unser Produkt noch ein bisschen besser ist, dass wir da noch mehr abgegriffen kriegen? Und dann würde ich sagen, es ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt, das denn, ja, jedenfalls intern zu entwickeln und dann auf den Markt zu schmeißen. Also, ja, gute Frage, wie lange das insgesamt dauert, sowas zu entwickeln. Ich weiß es nicht, ich habe es mir auch nicht angeguckt, ich habe keine Firmware-Server-Instanzen, von daher kann ich es auch so nicht ausprobieren. Aber ich denke mal, hm, so ewig wird das nicht gedauert haben, aber ich weiß es nicht. Was meinst du, wie lange dauert sowas? Schwierig einzuschätzen, weil ich nicht weiß oder mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt habe, was Proxmox dort als Framework für ihre Web-UI nimmt. Ich kann es auch nicht mal in irgendeiner Richtung einordnen, aber, ja, jeder, der schon mal eine VM irgendwo hin konvertiert hat, im schlimmsten Fall geht man über das RAW-Disk-Image über den Sprung und, also man konvertiert erst vom Ausgangsformat ins RAW-Image-Format und dann in das Ziel-Image-Format, das meine ich damit. Ja, und da muss man auch irgendwie gucken, dass man die Basiskonfiguration, die ja irgendwie jedes System über eine VM hat, also wie viele Kerne sind zugeordnet, wie viele RAM, wie viele virtuelle Festplatten, dass man das quasi von einem Format in das andere überführt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Proxmox YAML-Dateien benutzt oder JSON. Aber das ist so der Schritt, der sich für mich logisch aufschlüsselt und, ja, das zu programmieren, kann ich ganz ehrlich sagen, kommt halt auf deren, wie heißt das, Release-Zyklus drauf an. Ich sag mal, im Monat mindestens, wenn sie schnell sind, also wenn, dann sehr, sehr schnell, aber VM wäre es ja auch schon halbes, nee, halbes Jahr noch nicht, aber ein Vierteljahr, glaube ich, schon von Broadcom aufgekauft, oder? Verschätze ich mich da. Weißt du das zufällig noch? Also, ich hätte jetzt gesagt, mehr als ein Vierteljahr. Also so irgendwie dazwischen hätte ich jetzt gefühlt gesagt, aber vielleicht weiß ja das allwissende Internet jetzt schnell eine Lösung dazu, oder wer jetzt live zuguckt, zuhört, kannst ja irgendwo in die Kommentare reinschreiben. So ein bisschen Crowd-Sourcing-mäßig. Schwarm-Intelligenz. Schwarm-Intelligenz. Nicht zu verwechseln mit der Schwarm. Genau. Das war was anderes. Ja. Gucken. Also wie gesagt, ich kann es relativ schlecht abschätzen, wie bei den Jungs und Mädels von Poxmox dort die Release-Zyklen sind und wie gut da das planbar ist. Aber das zu implementieren, also das wird nicht lange dauern. Ich finde es aber, es ist ja eigentlich schon eine ziemliche Klatsche gegen VMware. Hast du was gefunden? November 23 steht bei Wikipedia gleich am Anfang. Du musst gar nicht in den Tabellen suchen. November, Dezember, Januar, Februar. Ja, vier Monate. Also laut dem Artikel hier von Linux News, da steht drin, dass der vorherige Weg war, erst die VM ins OVA zu exportieren als Datei. Das ist so ein Austauschformat, was viele von diesen Virtualisierungslösungen haben, um virtuelle Maschinen zu exportieren und zu importieren. Und das Ganze exportiert man aus VMware als Datei, OVF-Datei und hinterher kann man es in Poxmox auf der Kommandozeile wieder importieren. Und die haben das Ganze wahrscheinlich jetzt einfacher gemacht, dass man die Kommandozeile nicht mehr braucht. Also von daher, die Grundlage ist denn ja da gewesen, auch schon vorher, dafür jetzt eine Oberfläche zu strecken, das kann durchaus relativ schnell gehen. Naja, es ist eigentlich die Antwort auf Broadcoms Umstrukturierung bei ESXi, muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, das mit das Erste, was Broadcom gemacht hat, nachdem sie VMware und die ESXi-Geschichte gekauft haben, waren halt diese freien Lizenzen komplett rauszunehmen. Gibt es nicht mehr. Also man kann ESXi jetzt nicht mehr ohne Lizenz betreiben. Also die freie Lizenz war, ich glaube, CPU-Sockellimitiert und ich glaube, RAM, ein RAM-Limit gab es auch. Aber wo das jetzt war, weiß ich nicht. Aber es hat eigentlich so für kleine mittelständische Unternehmen mit immer noch gut funktioniert, da die freie Variante zu benutzen. Ja, genau. Und Broadcoms, was ja keine Limitierung unterliegt, das ist eigentlich der logische Schritt, weil da ist jetzt definitiv ein Markt, beziehungsweise eine Kerbe geschlagen worden und die wollen ja auch irgendwo ihr Produkt, beziehungsweise ihren Support verkaufen und je mehr Leute das nutzen, desto besser ist es. Und je kleiner die Hürde ist, was so ein Live-Importer, sag ich mal, machen kann, umso besser für die. Das stimmt. Also von der Art her ist es auch ziemlich ähnlich zu dem, was Fred Hatt ja gemacht hat. Und wo sich andere denn natürlich die Hände reiben. Ja, ja. Ja. Also so ist es halt, ne? Also der Markt regelt das denn ja doch irgendwie. Und wenn es ein besseres Produkt gibt, was genau dasselbe kann oder zu günstigeren Preis, wie auch immer, dann, ja, passieren diese Dinge. Also interessant zu sehen, jedenfalls wenn man nicht Infrastruktur auf Fallenwehrbasis betreibt und dann vielleicht vor einigen Problemen steht, weil das doch relativ viel ist und vielleicht ist es nicht hundertprozentig dokumentiert. Das sind so diese Schmerzen dabei, die man dann vielleicht hat und dann nicht auf was anderes migrieren möchte, weil man sich da nicht mehr rantraut und dann vielleicht doch die deutlich teurere Lizenz zahlt. Weil, ja, man denn so ein bisschen da gefangen ist. Sowas gibt es ja leider auch häufig. Also nicht nur da, sondern bei vielen anderen Sachen auch. Ja, aber ich denke insgesamt ist das keine besonders schlaue Idee gewesen, was Broadcom da macht. Aber, ja, gut, müssen die wissen und, ja. Boah, die haben das jetzt für teuer Geld gekauft und das muss jetzt auf ganz schnell wieder reinkommen, so gefühlt. Ja. Ja, keine Ahnung, also in den Sphären bewege ich mich nicht. Ich habe einfach mal heute ein bisschen schmunzeln müssen, als ich es gesehen habe und mir gedacht, hm. Hm. Es war ja nur eine Frage der Zeit. Ja. Ja, ja. Ja, gut, also ich weiß nicht, also wirklich mehr dazu. Nee, gibt es nicht, aber es ist halt eine schöne Anekdote. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, so wird Proxmox eigentlich immer, ja, mächtiger. Also in Anführungszeichen mächtiger, also bekannter und, ja. Eine gute, gute Verteilung von sowas finde ich eigentlich nicht verkehrt. Und die Frage ist natürlich, wie stark kann jetzt Inkurs dagegen arbeiten, um mal ein bisschen... Genau. Ein letztes Video war das, glaube ich, nochmal aufzugreifen. Genau, genau. Genau, Dienstag ist das herausgekommen. Wir haben uns Inkurs ja am Dienstag letzte Woche zusammen angeguckt. Stimmt doch, oder? So weit erinnere ich mich richtig? War das letzte Woche? War das nicht so ein bisschen weiter weg? Scheiße. Also wir haben uns das zusammen angeguckt und ich war ja durchaus positiv davon überrascht, wie gut Inkurs funktioniert. Also diese Basisfunktion, Virtualisierung auf Basis von KVM funktioniert und Container auf Basis von LXT funktioniert auch. Und irgendwie clustern kann man es auch. Das Ganze verpackt in eine relativ einfache Web-Oberfläche, die ich teilweise deutlich praktischer finde als die von Proxmox. Wo, ja, aber auf der anderen Seite auch wieder irgendwie komplizierter. Also ich würde jetzt da sagen, nichts ist irgendwie besser. Also ich finde beides nicht wirklich intuitiv. Aber wenn man jetzt oft genug denselben Schritt gemacht hat, findet man sich irgendwann da doch denn zurecht, wie es gedacht ist. Ja, und es ist im Moment noch ein bisschen einfacher. Proxmox hat einen riesigen Funktionsumfang, wovon die meisten wahrscheinlich nicht alles jemals benutzen werden. Und von daher, ja, also ist es ganz gut, dass es auf jeden Fall eine Open-Source-Konkurrenz gibt auf dem Gebiet. Nicht, dass Proxmox in ein paar Jahren dasselbe macht, dass sie denn eine Aktien, oder ich weiß gar nicht, was die überhaupt für eine Geschäftsform haben. Vielleicht ist es ja auch schon ein Aktienunternehmen, dass sie denn auch irgendwann so denken, oh, guck mal, wir sind jetzt hier quasi Monopolist und jetzt können wir die Preise erhöhen. Die ist mit dem Open-Source, das ist ja total bäh, das machen wir jetzt mal anders. Wer weiß, also kann ja sein, dass die irgendwann auch den Rappel kriegen und dann meinen, naja, jetzt machen wir es nochmal anders. Wegen Geld, Geld, Geld. Ja, es ist noch eine GmbH, Proxmox Server Solutions GmbH. Ach, ist es ein deutsches Unternehmen? Österreich. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube, ja, ich muss mal direkt ins Impressum gucken. Ich habe nur kurz den Suchmaschinen da. Nicht Kontakt, Impressum. Wien, Australien, hätte ich fast gesagt. Was? Österreich. Ja, Austria. Ja, es ist... Austria. Ja. Australia? Austria. Österreich, alles gut. Stimmt. Das war jetzt... Gar nicht. Ja. Nee, ich war ja auch eigentlich von Inkos sehr, sehr überrascht. Also, wo ich dir recht geben muss, ist die Proxmox-Oberfläche, die ist mitunter ziemlich verwirrend, wenn man a, nicht alles benutzt, was an Features da ist, was eigentlich so in Konkurrenz zu jedem Produkt steht. Also, inzwischen ist es sogar meiner Meinung nach mächtiger als ESX, weil es halt eine freie Version gibt, muss man auch so ganz klar sagen. Also, den Punkt, den gibt es jetzt nur noch auf Proxmox-Seiten. Ähm, auch dieses HA, äh, 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 ähm, diese HA-Cluster-Möglichkeiten, die man hat, also Cluster-Möglichkeiten per se, dann noch dieses HA-Setup, das ist schon sehr, sehr mächtig, gerade auch, ähm, mit ZFS unten drunter, das darf man alles nicht, äh, unterschätzen, wie gut das funktioniert, man muss sich aber halt wirklich dort reinarbeiten. Hm. Ja. Und, wer halt keine Oberfläche mag, der nutzt halt KVM so, beziehungsweise gibt es noch genügend Alternativen. Also, Inco ist jetzt die aktuellste, also, nicht aktuellste, die jüngste, aber, wer nur eine KVM-Benutzeroberfläche braucht, der ist auch mit dem Cockpit und der, äh, virtuellen Maschinenerweiterung von Cockpit, ähm, was ja von Röhrtet entwickelt wird als, Server-Web-Interface, gut bedient. Okay. Hm, klingt auch interessant. Hast du das schon mal gemacht bei dir im Livestream? Cockpit per se, ich hab, ich hab bestimmt ein, zweimal drauf gearbeitet, aber ohne wirklich direkt drauf einzugehen. Bin mir aber auch nicht sicher, hattet ihr nicht schon mal mit Jean Cockpit euch irgendwie angeguckt? Ähm, angeguckt meine ich nicht, aber das könnte, ähm, eine Frage mal gewesen sein in, äh, in unserer Fragerunde da. Ah, okay, das kann, äh, das kann sein, ja. Ja, also, der Name, also, es, es sagt mir was, ich hab's nie benutzt. Und, ja, ja, also, ja, also, es gibt ja viele durchaus interessante Sachen, was man sich einfach mal so angucken könnte, auch wenn man's nicht direkt braucht, weil man schon eine Lösung für ein Problem hat. Also, von daher würde ich sagen, in vielen Fällen ist es jetzt, äh, einfach Poxbox, äh, benutze ich halt, funktioniert, aber ich brauche bloß einen kleinen Funktionsumfang davon, von daher gibt es für mich aktuell keinen, äh, ja, irgendwie, äh, nicht einen Grund, dass ich jetzt was anderes wirklich aktiv suche. In-Kurs ist interessant, aber ich würde da jetzt nicht versuchen wollen, äh, irgendwas zu machen, also, Maschinen darüber zu migrieren oder wirklich so, und Cockpit, wenn, wenn das auch wieder sowas kann, wäre es ja noch eine Option, also, das ist ja das Schöne dabei, dass man eine Basis hat, KVM und LXC. Ich glaube, so weit sind sie noch nicht, dass du da wirklich so Migrationsaufgaben machen kannst von, ähm, einem Format ins andere, aber wer jetzt wirklich nur eine Lösung sucht, um auf einem Rechner irgendwie virtuelle Maschinen hochzuziehen und zu verwalten, da reicht das völlig aus. Das wird es ja in den meisten Fällen auch sein, also, jetzt die, die wirklich bloß wenig haben, so kleine Unternehmen, die haben irgendwo so ein Stück Blech rumstehen und das wird dann eingeteilt in virtuelle Maschinen, mehr machen die ja wahrscheinlich nicht. Also sowas von Hochverfügbarkeit und irgendwie so ein Gedöns, das macht ja keiner. Die wenigsten. Ja, also, ja. Gibt auch nicht schöne Lösungen, um das wirklich bedienbar zu machen, da sind wir wieder bei Poxmox, da geht's, man muss sich zwar reinarbeiten, aber da geht's gut. Genau, oder der Wirtmanager wird hier gerade reingeschrieben, da hätte ich nämlich gesagt, also mit KVM, das ist, äh, ein, ein, äh, wie sagt man so schön, ein Rabbit Hole, ähm, wenn man noch irgendwo Platz für einen Linux-Rechner hat, kann man da wunderbar mit dem Wirtmanager arbeiten. Ja. Und auch auf mehreren Hosts, das ist das Schöne. Ach so, ah, okay, ja. Du kannst dem Wirtmanager mehrere quasi, äh, KVM-Endpunkte, ähm, connecten. Ja. Also ich kann mit dem, äh, ich weiß nicht, ob es Inkos kann. Ich glaube, bei Inkos kannst du es auch. Da war bei Inkos nicht auch irgendwie schon Clustermöglichkeiten? Also ich meine, du konntest verschiedene, äh, äh, vor allem, äh, also Virtualisierungsknoten hinzufügen, ich meine. Mhm. Na, irgendwie war was. Also, wo wir es uns angeguckt haben, da war irgendwie was, aber da konnten wir es uns noch nicht in der Hinsicht irgendwo, äh, angucken. So weit war es da noch nicht. Ja, aber beim Wirtmanager kannst du wirklich, ähm, das sind eigentlich auch relativ simple, ähm, SSH-Connections zu den Hosts. Das ist halt, ähm, das Manko, du musst halt irgendwo Zugriff haben vom Wirtmanager aus dorthin, aber dann tust du dich per SSH quasi mit dem, äh, KVM-Agent dort, äh, ja, connecten und den halt direkt über die GUI quasi steuern. Was auch einfach, aber genial ist und relativ gut funktioniert. Und seitdem ich, äh, den Wirtmanager habe und KVM nutze, habe ich auch komplett, äh, Openbox, ähm, zur Seite gelegt. Macht sie einfach schöner und besser für mich. Hm. Jo, gut. Dann, äh, äh, haben wir noch was dazu oder gucken wir, was wir auf unseren Zetteln noch haben? Na, mein erster Punkt hat ja deinen gerade mitgekillt, also. Ja, ja, genau, kann ich ja. Ja. Kannst einfach mal gucken, was du als nächstes hättest. Ähm, ich, ich habe mir jetzt gerade vor, äh, einer Stunde, äh, Xubuntu angeguckt. Hm? Hast du auch Xubuntu? Nein, ne? Aber XFCE ist auch so eine Sache bei mir. Ähm, denn nächsten Montag, äh, Monat, äh, kommt ja das neue Ubuntu in die verschiedenen Geschmacksrichtungen raus. Also das, äh, ja, das Ubuntu mit Gnomen-Basis, Kubuntu mit KDE-Basis oder vielmehr als Desktop, nicht Basis. Und, äh, Xubuntu mit XFCE und, ja, ich glaube, das gibt auch noch Lubuntu und was weiß ich alles. Und im Moment bin ich schon ein bisschen da mit bei und, äh, gucke mir das an, um mit M23 auch die, äh, Ubuntu 22, nee, 24, 04 haben wir ja schon, ähm, installieren zu können als Client-Systeme. Und ich bin da, äh, bei der XFCE-Variante auf Fehler gestoßen, wo ich keine wirkliche Lösung gefunden habe. Immer wenn ich mich anmelde auf dem, äh, System über den, äh, Light-DM, stürzt er ab und startet sich neu, wenn ich das Benutzernamen und Passwort richtig eingebe. Da dachte ich, naja, gut, hängt das zusammen mit LDAP oder was weiß ich, irgendwas. Das kam in vergangenen Versionen mal, äh, vor, dass es da irgendwie was gab. Und ich wusste da nicht mehr aus, äh, noch aus oder ein. Und dann hab ich mal geguckt, wie das ist mit dem Xubuntu installierst du. Also, da gibt's den Fehler nämlich genauso. Also, es liegt nicht an meiner Art und Weise, das zu installieren, sondern es ist wirklich da, ähm, so aktuell drin. Ist natürlich doof. Ja, und, ähm, als ich mir das, äh, insgesamt angeguckt habe, also, es ist ja im Alpha-Stadium, dieser Installer, ähm, und da funktionieren viele Sachen noch gar nicht. Das finde ich irgendwie erstaunlich, was da alles nicht geht. Ja. Ähm, hast du dir eine von den neuen Varianten schon mal als Ford-Version angeguckt von Ubuntu? Bis jetzt noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, das... Ubuntu 24.4 interessiert mich höchstens die Server-Variante aktuell. Ja. Und ich glaube, da hab ich die Probleme nicht. Also, zumindest nicht die Probleme. Hm? Also, ich weiß nicht, was sie von den Problemen auch importiert kriegen, aber irgendwie, hm, hm. Also, ich hoffe ja mal, dass sie's alles, äh, noch richtig hinkriegen. Also, es gibt jetzt neun Installer, wo... ist natürlich Geschmacksfrage. Äh, also, diese schwarz-weiß Oberflächen, also, äh, weiß überwiegend mit schwarz, das erinnert mich immer noch an Windows 3.1. Äh, aber, okay, gut, ist jetzt wieder modern. Muss, muss man mögen oder auch nicht. Ich find's immer so ein bisschen, naja, haben wir früher schon mal gesehen, find ich irgendwie kacke. Ähm, das ganze Ding ist deutlich komplizierter. Also, die, die Sachen, die sie in mehreren übersichtlich Dialogen im alten Installer zusammengefasst haben, das sind jetzt Einzelseiten. Also, du musst deutlich mehr rumklicken, um denselben Informationsgehalt hinzukriegen. Ähm, Partitionierung und Formatierung haben sie ganz gut versteckt. Tastatur, äh, einstellen funktioniert nicht. Also, du kannst das zwar auf Deutsch umstellen, es bleibt aber Englisch. Und diese, das gibt dir, äh, kennst du noch diese Tastaturerkennung, wenn du nicht weißt, was für eine Tastatur vor dir hast? Mhm, die kenn ich auch noch. Gibt's die wieder? Die gibt's wieder. Äh, dann, dann kommt da so ein Dialog mit, ähm, hast du eine von den folgenden Buchstaben auf deiner Tastatur? Da hast du denn so ein N, dann hast du vielleicht ein Y, äh, ein E mit so einem Apostroph irgendwie drauf und andere Zeichen, die wir nicht so haben. Und dann drückst du eine von den Tasten, die dir dort angezeigt werden. Dann kommt, äh, nächstes Feld, wo denn vielleicht noch zwei Buchstaben drin sind. Dann drückst du das. Dann wird nochmal gefragt, hast du ein Ö? Und ja, ich habe ein Ö. Dann drückst du auch hinterher nochmal das Ö zum Bestätigen. Und, äh, dann hatte ich noch das E mit so einem Apostroph. Hast du auch so ein E? Mh, mh, hab ich nicht. Und, äh, dann sagt es hinterher, ja, du hast eine deutsche Tastatur. Aha, mal gucken, geht das? Nein, sie ist weiterhin Englisch. Mhm. Gut. Oder nachdem du die Tastatur oder die Sprache eingestellt hast, hast du bei dem alten Installer schon die Zeitzone vorgewählt gekriegt. Das fällt jetzt komplett weg. Äh, du kriegst dann eine Landkarte oder eine Weltkarte. Dann darfst du da irgendwo reinklicken. Oder du darfst es unten auch aus der Liste auswählen. Also, das musst du nochmal extra machen. Und, äh, der Installer beendet sich oder stört es ab am Ende. Aber das System ist trotzdem installiert. Was allerdings nicht eingerichtet ist, ist das Netzwerk. Ich habe es parant umgestellt. Die, äh, Einstellungen, die landen irgendwo, pff, weg. Neustart, mhm, ich hatte das doch eingestellt. Warum ist das jetzt weg? Also, das finde ich, ja, also, es ist Alpha-Stadium. Ist insofern okay. Aber die wollen jetzt am 4.4. die Beta-Version raushauen. Das ist nächste Woche Donnerstag. Mhm, genau. Also, bei einer Beta sollten diese Sachen grundlegend funktionieren. Und Release ist schon am 25.4., jedenfalls so der Plan, den ich gesehen habe. Mhm. Ja. Ich wollte ja, ich wollte ja auch gerade sagen, also, Release war doch immer so gegen Ende des Abfülls. Da ist ja noch ein wenig Zeit. Ja. Also, mit Betonung auf ein wenig. Muss man ja auch sagen. Ähm, ich habe aber immer noch nicht den eingängigen Fehler, ähm, verstanden, warum du dann Xubuntu benutzt hast, um das gegenzutesten. War das einfach nur der Login-Manager, der auch bei der normalen Ubuntu-Version abgeschmiert ist? Oder irgendwo bin ich beim Erklären ausgestiegen, wenn ich ehrlich bin bei dir? Ähm, ja. Also, ich habe, äh, also, bei M23 gibt es die Möglichkeit, dass du dir einen Desktop auswählst. Das wird dann auf deinem Client-System mit installiert. Und bei der XFCE-Variante, also, mehr oder weniger, es ist ja Xubuntu, was denn auf den Clients landet. Und da stürzt der Login-Manager ab, nachdem ich Benutzernahme und Passwort richtig eingegeben habe. Und darum habe ich mir das Xubuntu gestappt, um zu gucken, naja, irgendwo wird wahrscheinlich bei mir die Konfiguration falsch sein. Oder nicht auf dem Stand, dass das mit LDAP nicht richtig zusammenspielt oder mit dem SSSD oder was weiß ich. Das gibt ja viele Fallstricke oder bei PAM kann was sein, dass da eine einzelne Konfigurationsoption falsch gesetzt ist, dass es zu diesem Ergebnis kommt. Und da wollte ich dann parallel quasi sowas ähnliches installieren und hinterher die Konfigurationsdateien vergleichen, um zu gucken, wo ich einen Fehler gemacht habe oder wo ich was anpassen muss. Und dann stellte sich, also, dann habe ich da ganz normal installiert das Xubuntu über den neuen Installer. Und da sind mir diese ganzen Fehler aufgefallen und irgendwie, naja, gucken wir nochmal aufs Datum drauf. Wann soll denn das fertig sein? Wann kommt die Beta-Version raus? Und, aha, okay, gut, also so viel Zeit haben die nicht mehr. Und Netzwerk funktioniert auch nicht. Okay, gut. Und, ja, ja. Schwierig, ja. Ganz, ganz schwierig. Schwierig. Aber Eingefleischt-Ubuntu-Nutzer wissen ja, man updatet erst, wenn die Punkt-1-Point-Release raus ist. Ja, aber das 22.04, da habe ich auch relativ früh angefangen, mir das anzugucken. Und da waren diese, also der Installer war fertig. Also das hat alles funktioniert. Da habe ich, also da fand ich, das ist eine so wunderbar, schon vorher stabile Version und das hat da einfach gestimmt. Und, ja, dass das jetzt so anders ist, das finde ich ist erstmal so ein großer Rückschritt. Den neuen Installer, den muss ich mir auch mal angucken. Also, gerade so das Partitionieren, ja, wird spannend, ob mich unter diesen Installer, ich habe es nie unter dem normalen Ubuntu-Installer probiert, fällt mir gerade so ein, eine verschlüsselte Installation, aber mit BTFS oder, ja, B3FS. Ich will mir angewöhnen, das so auszusprechen, wie es auch bei Wikipedia steht, B3FS, ähm, zu installieren. Da gibt's eine Ditwor. Ja. Nein, es heißt BTFS. Nein, BTFS. Ja, deswegen, also, aber wenn du B3FS sagst, dann kann jeder es irgendwie zuhören, anstatt Bata-Beta oder. Okay. Wenn man es ganz schnell mal so, so dahin sagt, genau. Ähm, dementsprechend, äh, ja, hatte ich es versucht zu installieren, mit dem Kubuntu hat's nicht funktioniert, mit dem KDE Neon ging's komplett vor die Wand, also, es ist jetzt aber auch ein Extrembeispiel, was ich benutze, beziehungsweise, was heißt Extrembeispiel, installieren lässt es sich, nur eben die Subvolumes, wie es für einen Timeshift brauchbar wären, werden halt nicht gesetzt, beziehungsweise, ach, da gibt's einige Punkte. Ähm, die so nicht funktionieren. Da würde es mich echt mal interessieren, wie es mit der 24-4er-Version dann aussieht. Ob die dann so in den Schritt oder in die Richtung von X4 dann auch weggehen, so langsam aber sicher. Bis jetzt sind da noch keine Ambitionen zu erkennen, was ja bei den ganzen Arch-Derivaten schon eigentlich der de facto Standard ist mit B3FS, äh, das lässt ja, äh, Ubuntu so ein bisschen noch auf sich ruhen, sag ich mal, mit X4. Ja, was ja auch noch nicht verkehrt ist, also, oder alt oder ähnliches, aber B3FS hat ja dann doch schon ein paar gewisse Vorteile zu X4. Wenn man sie denn richtig, äh, konfiguriert bekommt, das ist halt immer das Schwierige. Ja, wohl wahr, ja. Also, da werde ich mir dann irgendwann, wenn das raus ist, mal kurz angucken, was ist neu, den neuen Installer mir mal angucken. Ich weiß gar nicht, hab ich mir mal so eine Zwischenversion angeguckt, bei 23.10, war da schon der neue Installer irgendwie am Start? Ich weiß es gar nicht, oder sind die mal zurückgerudert? Also, ich gucke mir eigentlich immer bloß die Stable-Versionen an, was dazwischen interessiert mich nicht. Vielleicht weiß es irgendjemand von unseren Live-Zuschauern, Zuhörern. Ja, das könnte sein, das wäre aber ganz interessant. Irgendwann habe ich mir mal eine Zwischenversion angeguckt, ja, die kann man eh nicht live nehmen. Ah, 23.10 ist der neu, ja. Ich glaube, hab ich mir den mal angeguckt? Ich bin mir nicht sicher. Und wenn ich mir angeguckt habe, dann ist der nicht irgendwo im Gedächtnis geblieben, aber vermutlich auch nicht, weil ich ihn komplett kaputt gekriegt habe. Sowas merke ich mir immer, wenn irgendwas komplett kaputt geht. Ich habe letztens den Debian-Installer kaputt bekommen. Okay, was hast du gemacht? Wo war der Fehler? Ich habe beim Anlegen und Umkonfigurieren der Sub-Volumes für ein B3FS bei der Installation vergessen, eine Partition wieder zu mounten. Nämlich Boot oder was? Boot EFI? Boot habe ich gemountet, aber Boot EFI nicht, die erste Partition. Aber dann wollte der zur Grub-Installation gehen, sagen, ja, ich kann Grub nicht installieren. Und dann ist mir aufgefallen, naja, ja, ist richtig, dass er das nicht kann. Bin mal kurz wieder an die Shell gewechselt, habe geguckt, wo lag mein Fehler? Ach, weil das nicht gemountet war. Wollte eigentlich wieder zurückgehen, damit er nochmal das Basis-System einfach neu installiert und Grub nochmal neu installiert. Hei sagt, geht nicht, weil kann ich nicht. Und dann war auch der Installer nicht mehr bedienbar. Also dann, ja, schade. Ja gut, dumm gelaufen, aber ist auch eher was, was man nicht so häufig in der Richtung macht. Also so diese Basisfunktionen, die sollten halt funktionieren. Und also wenn ich jetzt irgendwie selbst dann rumpuzzele, also weg von dem Standard gehe, dann hat das alles seine Grenzen, sollen natürlich nicht vorkommen, aber diese Grundsachen, die müssen natürlich funktionieren. Und wie ein Hinweis, naja gut, vor fünf Monaten. Vor fünf Monaten haben Jean und ich uns das schon mal im Livestream angeguckt. Ich habe mir das nicht gemerkt, aber der Skubbler hat sich daran erinnert. Sehr gut, also sehr gut, sehr gut. Ja, also scheint da auch noch nicht wirklich im Kopf hängen geblieben zu sein. Nee, also vieles von dem, was wir uns live angucken, da erinnere ich mich hinterher auch nicht mehr wirklich dran. Weil wenn ich es nicht brauche, dann ist das so, aha, das ist interessant oder nicht interessant, aber ich brauche es nicht, lösch weg. So ist es häufig. Ja, ich habe aber irgendwie noch im Hinterkopf, dass die auch nochmal ganz stark zurückgerudert sind mit dem Installer, weil dann das doch nicht so deren Vision entsprochen hat, um es mal so zu beschreiben. Und dann sind die nochmal an der ganzen Ecke zurückgerudert von ihrem kompletten neuen Konzept. Ob sie es jetzt mit dem Installer von der 24.4 wieder nochmal anschubsen, die Baustelle, weiß ich noch nicht, werde ich mich überraschen lassen. Ach, da gab es auch schon die Fehler mit dem Installer. Ah, gut. Bleiben also der Linie treu. Wie müsste man das ausdrücken? Die Benutzer Experience, also die, wie würde man das Marketing-mäßig ausdrücken? Also so, dass es immer gleich kaputt ist? Hm. Ja, das ist eine Benutzererfahrung, die konsistent ist. Oder konstant. Ja, ja, das wäre doch noch was. Das würde in so einem Pressartikel denn drinstehen. Ja, so ungefähr. Auch die neue Version sorgt für ein konstantes Benutzererlebnis? Hm. Ja, irgendwie so. Wie, da müssen sie sich nicht drum kümmern, den Installer ordnungsgemäß zu beenden. Das schafft er selber nämlich nicht. Ja. Das ist die neue Schnellinstallationsfunktion. Die ist so, also die ist extra schnell, vor allem am Ende. Ja. Hm. So schnell haben sie noch nie einen Sick-Kill abgefeuert. Naja, wie man es nimmt. Also, ich bin gespannt. Also, es ist ja wieder eine LTS-Version. Mal sehen, was in den Ubuntu-Varianten neu dazukommt. Ich habe mich jetzt noch gar nicht wirklich spoilern lassen oder da schon mich vorinformiert. Kommen wir mal von Ubuntu zu der Firma dahinter, nämlich Canonical. Habe ich gelesen, fand ich sehr interessant. Die bieten jetzt zwölf Jahre LTS-Support von den ursprünglichen zehn an. Das ist jetzt aber eigentlich nicht das Thema, worauf ich hinaus will, sondern dachte ich mir, na, könnte das wieder so eine Nebelkerze sein, weil vor kurzem ist mal wieder Malware im Snapstore aufgetaucht. Hm. Ob sie darüber hinwegtäuschen wollen, oh, wir haben ein Malware-Problem. Schnell, wir sagen, hier zwölf Jahre LTS-Support. Vermutlich sogar noch für ohne Aufpreis, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe mir einfach die beiden Sachen wieder miteinander in Verbindung gebracht, weil es ist echt so eine Sache, da hat sich Canonical kein Gefallen getan. Wie ich eigentlich auch schon so oft kritisiere, und ich glaube, du und Jean waren da auch ähnlicher Meinung, diesen Snapstore, beziehungsweise das Snapstore-Repo oder diesen Snapstore-Repo-Server oder die ganze Server-Komponente unter den Verschluss von Canonical zu bringen und damit eben nicht Open-Source zu sein. oder einsehbar zu sein, wirkt halt eine gewisse Gefahr, wie man ja sieht. Das hat auch so einen gewissen Geschmack, muss man auch sagen. Und ja, irgendwie haben sie da nicht die Verantwortung scheinbar wahrgenommen, da genügend Personal hinzustecken, die das auch wirklich aktiv prüfen kann. Ob da eben nicht doch Quatsch drin ist. Weil beim ersten Mal bin ich gar nicht drauf eingegangen. Da dachte ich mir, gut, das kann passieren. Aber als ich es jetzt hier vor kurzem wieder gelesen habe, da dachte ich mir, oh Gott, das ist doch jetzt wieder ganz schlechter Scherz. Das stimmt, also ich habe jetzt nochmal parallel geguckt, auch wieder bei Linux News, da gibt es ja diesen Artikel dazu, zu den zwölf Jahren. Und witzigerweise besteht also Ubuntu Pro, das ist irgendwie auch so ein Subscription-Modell. Und das umfasst irgendwie auch regelmäßige Schwachstellen-Scans, Bewertung und Patch-Management. Also wo du jetzt hier gesagt hast zu Snap, die kriegen ihren eigenen Store nicht raus, den kriegen sie nicht sauber gehalten. Also wie gut dann hier die Schwachstellen-Scans und Patch-Management dabei ist. Also das war jetzt keine gute Werbung für die. Nee, und willst du mal den größten Hohnen an der ganzen Sache wissen? Also dieser Live-Patch-Management-Dienst, dreimal darfst du raten, in welchem Format der da herkommt oder wo der herkommt. Hm, lass mich raten, ist es Flatpack? Ja, eben nicht. Nein, das ist kein Flatpack. Ist das etwa in diesem Format, wo immer diese Dinge drin sind, die man nicht haben möchte? Ja, also zumindest damals, als ich es mir das letzte Mal angeguckt habe, aktiv. Also ich habe das auch mal wahrgenommen, weil es ganz praktisch war, gerade so für Server-Geschichten, als ich noch meinen Web-Server und mein Home-Lab auf Ubuntu-Server hatte, war dieses Live-Patch-Management vom Kernel. Man durfte als Privatperson bis zu drei Maschinen dort registrieren. Das war ein guter Deal, sage ich mal. So nach hinten raus, ja. Wäre eigentlich ganz froh, erst mal zu dem gewechselt zu sein. Also da hat man andere Probleme. So wie es halt immer und überall ist. Wie wir das ja hatten vor, nein, jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, mit dem NVIDIA-Problem. Wo denn die Systeme nicht mehr hochfuhren nach dem Kernel-Update im Zusammenhang mit den NVIDIA-Treibern. Ja, das hat ja irgendwie zwei Wochen gedauert. Oder? Zwei Wochen? Ja, also gefühlt zwei Wochen, bis sie es hingekriegt haben. Auf jeden Fall zu lange. Vielleicht war es ein bisschen weniger, zehn Tage, sagen wir mal, irgendwie so im Dreh. Aber ja, ja. Auch da habe ich mir gesagt, das ist echt schade, dass sowas nicht auffällt. Also wäre es so ein Nischenpaket gewesen, was so eine Library gewesen wäre für einen ganz speziellen Zweck. Okay, aber ein NVIDIA-Grafik-Treiber, das ist, ja. Also mal ganz grob geraten, würde ich sagen, 25 Prozent der Debian-Desktop-Benutzer haben eine NVIDIA-Karte. Wenn nicht sogar mehr. Also das hätte durchaus vorher auffallen dürfen. Ja. Aber, ja. Ich wäre jetzt sogar fast mit der Schätzung auf ein Drittel hochgegangen. Und die letzten zwei Drittel teilen sich so auf zwischen Intel-Onboard und AMD-APUs und AMD-Grafikkarten. Ja. Also NVIDIA ist ja so oder so platzisch im Grafikkarten-Markt. Also, dass das bei sowas aufgefallen, also nicht aufgefallen ist, ist halt, naja. Ja. Glück demjenigen, der nicht in seinem Update, in seinem Update-Alias oder wie auch immer eher die Updates einsplitten, keinen Upd-Auto-Remove drin habt. Man kann es ja noch umgehen, indem man den alten Kernel wieder quasi nimmt und einfach mal den aktuellsten rausschmeißt und wartet, bis das Update dazu kam. Das war auch im Debian-Forum der vorgeschlagene Lösungsweg. Wartet einfach, bis der Patch kommt und dann erst. Und so lange müsst ihr halt ein Downgrade im Kernel im Kauf nehmen. Wenn man den noch hat, ja. Wobei, das Auto-Remove, das sorgt ja dafür, dass du zwei Kernel-Versionen auf der Platte hast. Mhm, stimmt. Und da sie in der Zwischenzeit ja bloß eine kaputte Kombination zwischen NVIDIA-Treiber und Kernel rausgegeben hatten, warst du da trotzdem noch sicher. Mhm, stimmt. Denn danach ging's ja wieder. Stimmt. Ja. Ach so, sowas kommt vor, soll nicht vorkommen, aber ja, so ist das Leben dabei, ne? Also ist dumm, aber ja, ist so. Solange die Server noch laufen. Gott. Ja. Es sei denn, du machst gerade so AI-Krempel, dann brauchst du das natürlich wieder. Es sind ja nicht bloß die Gamer betroffen gewesen, sondern auch welche, die NVIDIA-Hardware als Rechenbeschleuniger verwenden. Mhm, ja. Ja. Wie gesagt, ist halt traurig. Also, aber das haben wir schon beim letzten Mal. Ich, ja, kommen wir mal zu dem anderen traurigen Punkt wieder zurück. Also ich weiß halt nicht, ob Canonical da diese Antworten, nee, Reichweitenverantwortung, nee, ist auch nicht das passende Wort, diese Verantwortung ihren Nutzern gegenüber irgendwie falsch einschätzt oder halt wirklich diesen Aufwand unterschätzt hat. Jetzt muss ich aber auch zugeben, Paketierung habe ich mich jetzt noch nie aus Paketpackender Sicht angeguckt, sondern immer nur als Paket benutzen oder auspackender Sicht. Also ich mache keine Pakete, ich stelle die nirgendwo hoch, aber ich nutze sie halt, wie es eigentlich fast jeder hier tut. Also deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie schwierig es ist oder wie aufwendig es ist, ein Snap-Paket irgendwo dort in den Store zu bringen. Welche Anforderungen, welche Anforderungen dort sind, ja, welchen Prüfzyklus die unterlaufen. Scheinbar keinem guten, muss man ja sagen. Weil das war jetzt wirklich kurze Zeit, fand ich schade. Also das ist echt so richtig bitter. Ja, also eigentlich treffen ja verschiedene Probleme aufeinander. Also einmal eben diese Abhängigkeit von dem offiziellen Ubuntu-Step-Store, wo es ja eigentlich bloß einen gibt. Es gibt, glaube ich, irgendeine unbekannte freie Implementierung von diesem Mechanismus, der dahinter ist. Aber das benutzt keiner. Also von daher ist es de facto der von Canonical, der wirklich maßgeblich ist. Dann, dass sie den nicht sauber kriegen. Vielleicht haben sie sich insgesamt auch wieder mal ein bisschen übernommen. Es gibt ja diverse andere Projekte, wo sie sich auch schon sehr übernommen haben. Als sie dieses Gegenstück zu Wayland, den Mir Display Server bauen wollten, hat ja auch nicht so funktioniert. Da sind sehr viele Jahre Ressourcen verbrannt worden, so ein Gegenprojekt hochzuhalten, was letztendlich ja wieder eingestampft wurde. Der Unity-Desktop, der als Gegenstück zu den anderen gedacht war und auch wieder eingestampft wurde. Und Snap ist ja auch sowas. Also so eine gewisse Selbstüberschätzung bei solchen Projekten ist mit dabei. Wobei Snap eigentlich ja überhaupt... Also gibt es irgendeinen objektiven Grund, warum jetzt Snap besser ist als Flatpak? Also einen technischen Grund, nicht bloß ein vielleicht Marketinggrund oder dass man versucht, Kundenbindung darüber zu erreichen. Also gibt es einen technischen Grund? Ob es jetzt ein technischer Grund ist, weiß ich gerade nicht, das richtig einzuschätzen. Aber mal wieder was aus der Anekdotenkiste sozusagen. Ich glaube, mit 18.04 ging es los bei der Ubuntu-Server-Installation, dass die am Schluss gefragt haben, welche Pakete sollen wir denn mit installieren? Und ach, da dachte ich, hier für ein Projekt, hier HA-Proxy muss eh drauf. Super. Tu dann HA-Proxy auswählen und nach der Installation... Service oder System-CTL? Ich weiß gerade nicht, was da noch aktuell war. Ich glaube, System-CTL-Status HA-Proxy nicht erfunden. Guck in den PS-Tree, ist doch da. Aber wieso hat denn das ja jetzt einen Stern davor? Ja, weil es ein Snap-Package war. Also im Server-Installer geben die zum Schluss die Auswahl von Software, sagen die aber zumindest bei der ersten Version, wo es so war, nicht, dass das ein Snap-Package ist. Ich glaube, bei der nächsten Version bei 20.04 war es dann wirklich tituliert als Snap-Package, dass es halt so installiert wird. Und da ist halt der große Vorteil zu Flatpak, weil Flatpak per se ist ja jetzt erstmal nur, was Desktop-Applikationen ist. Und Snap ist zusätzlich zu den Desktop-Applikationen auch eher so Server-Pakete, die nicht wirklich eine GUI haben. Also eine Nextcloud kannst du auch als Snap installieren und das kann sich auch intern gut updaten. Da sind sie gut hinterher. Aber eben, ja, ich glaube, die haben da wirklich so ein bisschen die Hybris gehabt. mit, naja, wenn wir das mit den Server-Diensten hinkriegen, dann kann ja auch hier die Leute irgendwelche Desktop-Apps einschicken. Das kriegen wir ja auch irgendwie gewuppt und dann scheinbar nicht. Also der Vorteil ist, du hast auch Server-Anwendungen, also klassische Server-Anwendungen, die nicht in der GUI laufen als Snap-Package. Hm. Ja, okay. Und das ist jetzt, also bei Flatpak gibt's das gar nicht? Sind das immer GUI-Anwendungen? Da hab ich's noch gar nicht gesehen. Also so ein Matrix-Server hab ich, glaube, noch nie als Flatpak oder ähnliches gesehen. Hm. Oder ein HA-Proxy oder... Gab's nicht auch ein Keepalive-D inzwischen als Snap-Package? Ja, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht mehr mit Snap. Also ein HA-Proxy gab's auf jeden Fall. Sonst wär ich nicht auf die Idee gekommen, den gleich mit zu installieren und dann so böse auf die Nase zu fallen. Äh, ja. Ne, da war der signifikante Unterschied gerade noch zu Snap und Flatpak. Ich glaube, Flatpak ist wirklich rein Desktop-orientiert und Snap nimmt beides mit. Sowohl, ähm, Server-Anwendung oder GUI-lose Anwendung und Desktop-Anwendung. Die versuchen so ein bisschen die Brücke zu schlagen mit, ähm, was Docker oder Podman nicht kann, das, das fangen wir mit ab. Also wir können sowohl, ähm, wie nennt man denn das, GUI-lose oder Headless-Anwendung, aber wir können auch GUI-Anwendung. Irgendwie so. Würde ich das jetzt einschätzen. Also da ist jetzt, ob das jetzt wirklich die genaue technische Einschätzung ist, kann ich dir nicht sagen, aber das ist der Unterschied, der mir bekannt ist. Flatpak an sich kann wirklich nur alles, was auf einem Grafik-Server läuft, ähm, bedienen und Snap kann sowohl als auch. Stimmt, also ich hab jetzt parallel mal geguckt, ob's einen Matrix-Server auch mit Flatpak gibt und, ähm, die Websuche sagt eher nein. Mhm. Aber, ja, also, ja, ist, ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Also vielleicht macht das bloß keiner oder es ist prinzipiell nicht möglich. Ne, ich glaube, aber Flatpak ist auch gar nicht so drauf gestrickt. Wie gesagt, ich bin da nicht drin. Da wäre jetzt eigentlich, ich glaube, Jean nicht verkehrt gewesen für die Frage. Ja. Sein, sein, ich weiß gar nicht, der Linux-Assistent kommt nicht als Flatpak oder kommt er als Flatpak daher? Ja, auf jeden Fall, sein Liebetrain-SIM hat er doch mal als Flatpak-AM publiziert. Den hätte man jetzt fragen können, wie es ist mit den Anforderungen, die es da gibt. Aber normalerweise ist es ja so, dass wenn du eine Flatpak-Anwendung installierst, dass da immer noch Flatpak-Bibliotheken mit irgendwelchen GUI-Komponenten, sei es jetzt auf Gnome, KDE oder XFCE-Basis, je nachdem, wo du es installierst, kommen dann noch ein paar Flatpak-Teilbibliotheken mit. Die das dann halt quasi grafisch für dich darstellen. Hm, okay. Aber vielleicht hat ja hier der Chat da noch kurze Ergänzung dazu, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, was ich als, äh, erstmal so als Quelle Vertrauen, ihr Bruder, anstreichen würde, so im Hochkomma. Es geht ja immer um Vertrauen. Ja, ja, klar. Ja, keine Ahnung, also so würde ich halt den Unterschied einschätzen. Zu dem Snap, ähm, das, äh, also einige, oder, äh, eigentlich wird standardmäßig Firefox, äh, ist das einzige Paket, was ich jetzt gesehen habe, beim normalen Ubuntu, 24.04 Alpha-Version, was als Snap installiert wird. Da kommen dann natürlich noch diese ganzen Basispakete drumrum, also die, äh, quasi nochmal ein Linux-System neben dem eigentlichen installieren, damit das alles läuft. Und, äh, naja, dann habe ich überlegt, wie ich das Ganze in M23 umsetze. Bei der letzten Version, äh, Moment, habe ich da, da bin ich noch irgendwie dran vorbeigekommen, dass Firefox noch normal installiert wird, meine ich jedenfalls, dass ich so habe. Äh, aber da bin ich jetzt nicht mehr dran vorbeigekommen. Und bei Snap läuft ja im Hintergrund so ein Demon, der sich um die Paketverwaltung kümmert. Nicht so wie bei normalen APT-Paketen, wo das ein Kommandozeilenprogramm ist, was sich darum kümmert, Daten runterzuladen, zu entpacken, an die richtigen Stellen und Skripte zu laufen. Das funktioniert also nicht. Und dann, ähm, als Problem oder als Hürde dabei ist ja diese, wenn, wenn man jetzt eine Snap-Anwendung installiert, wird halt sehr viel drumrum noch installiert, damit das Ding läuft. Äh, irgendwie so zwei Gigabyte kommen da, glaube ich, nochmal mit dazu, die runtergeladen werden. Und wie kriege ich das so hin, dass der M23-Server, der Debian-Pakete zwischenspeichert, sodass die bloß einmal aus dem Internet runtergeladen werden, ähm, für beliebig viele Clients installierbar sind. Da habe ich dann den APT-Cager-NG drin, habe ich einfach mal vom Squid gewechselt. Da drauf funktioniert natürlich sehr gut mit APT-Paketen. Und da habe ich überlegt, naja, für Snap brauchst du jetzt sowas ja auch. Wenn du, wenn du jetzt hier 20, äh, Clients-Systeme hast und jeder zieht dann nochmal vier, äh, nochmal zwei Gigabyte runter, dann, das, das kann, äh, besonders in Deutschland mit Internet und so, doch eine etwas längerfristige Angelegenheit sein, musst du jetzt doch wieder einen Squid dazu bauen, damit, äh, die Snap-Pakete zwischengespeichert werden. Und, äh, fand ich alles irgendwie dumm und dann habe ich, äh, einfach mal spaßeshalber probiert, ob dieser APT-Cager-NG vielleicht sich auch als Snap-Paket-Zwischenspeicher verwenden lässt. Und ja, das scheint zu funktionieren. Das fand ich irgendwie eine ganz interessante Sache, dass das geht. Ja, ist es. Also, ich habe, ich habe noch, also, die Pakete laufen auf jeden Fall durch. Ich weiß noch nicht, ob der die auch zwischenspeichert oder ob er einfach bloß sagt, naja, das ist irgendwie so ein Datenstrom, der passt nicht auf mein Debian-Paketmuster, den lasse ich durch, aber das will ich nicht haben. Kann natürlich sein, muss ich nochmal genau gucken, aber erstmal funktioniert's. Ja. So. Okay, dann haben wir hier Informationen dazu von, äh, Nash Bridges. Ähm, es, äh, also den Linux Assistant gibt es als Flat-Pak. Und auch für sehr viele Distributionen, unter anderem auch Arch. Mhm. Ja, also, das, das ist eh so eine, so eine komische Nummer, warum schon mal der nicht als erstes auf Arch released hat. Arch sind doch immer die Ersten. Also, eigentlich müsste er als erstes Garuda nehmen. Hat er für Garuda oder Garuda vielleicht? Na, wenn's für Arch geht, geht's auch für Garuda, aber will man, das ist die Frage. Das ist die nächste gute Frage. Mhm. Wem. Ja. Ja. Nee, deswegen, wo sind wir jetzt eigentlich falsch abgebogen? Jetzt so. Ähm, also, immer falsch bei Snap. Ja. Das ist egal, von wo du kommst, du biegst da immer falsch ab. Ja, ja, ja. Naja, die, die, die Gefahren sind ziemlich, also, ja, weiß nicht, ob das Hybris war oder, ja. Wobei, Hybris kannst du es ja auch eigentlich nicht nennen. Also, wenn man sich mal so ein bisschen mit der Technologie beschäftigt, man vermutet ja ganz, oder man weiß eigentlich ganz gut, wo sie hin möchten, die Jungs und Mails von Canonical. Mit dem eigenen Paketformat können sie ja auch relativ, in Anführungszeichen, einfach auf Immutable umstellen, ohne irgendwie von jemand anders abhängig zu sein, außer von sich selbst. Das ist, denke ich mal so der Plan dahinter, aber, ja, ob das halt wirklich zu Ende gedacht wurde, mit allen Konsequenzen weiß man immer nicht. Also, man sieht es ja, dass es irgendwo Möglichkeiten gibt, das Ganze ein bisschen, ja, auszunutzen, nennen wir es mal so. Hm, ja. Tja. Ja. Sind wir von Ubuntu zu Canonical jetzt, jetzt mal weg. Jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Genau, so. Dann. Das war dein zweites? Oder wo waren wir? Na, du hast, also ich, ich hab dir das Proxmox weggenommen, dann hast du angefangen von, von Ubuntu und der fehlerhaften Geschichte und dann hab ich quasi den, 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 den Aufschlag genutzt, um den Ball weiterzuspielen zu Snapstore und Canonical. Okay, dann haben wir jetzt ein Themenkomplex daraus gebastelt. Ja, so ein bisschen. Also, dann hätte ich als letztes noch mehr so einen Unfall, das, ähm, naja, es ist, also sagen wir mal, es ist so ein Teil, äh, Open, Open-Source-Problem gewesen. Hat jemand von euch am letzten Wochenende auch was gemerkt, was alles nicht mehr ging? Wollte erst mal überlegen, letztes Wochenende. Letztes Wochenende. 23.24. meinst du? Äh, ich weiß gar nicht mehr, also kann auch schon am 22. angefangen haben. Ging da irgendwas nicht, pfff, so hundertprozentig, weiß ich nicht, kann ich dir gar nicht verraten. Ähm, also es, es gab wieder ein Problem mit einem Rechenzentrum, was vom Namen her, äh, schon mal in den Medien war, äh, also die Starter-Doc, was vor einiger Zeit mal gebrannt hat, das hat jetzt, äh, 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 also dieses Mal, äh, ich glaube, es hat auch irgendwie gebrannt. Aber jetzt war eigentlich das Wasser eher das Problem. Das hat dafür gesorgt, ähm, eine, so eine Menge Infrastruktur ist da drin, wo andere Hoster, äh, äh, also virtuelle Maschinen, oder natürlich, also das steht richtiges Blech natürlich rum, aber auch sowas wie DNS-Server stehen da drin. Unter anderem Server4U, dann, was war da drin, GoDaddy und Plus-Server, die, ähm, stehen alle in einem Rechenzentrum. Und dabei ist auch sehr viel DNS-Struktur, äh, äh, denn mal weg gewesen. Unter anderem waren, ähm, äh, äh, war meine Domain auch nicht mehr erreichbar. Also der, der Server steht komplett woanders, also der lief natürlich gut durch, aber er war von außen nicht mehr zu erreichen. Und dieses Rechenzentrum in Straßburg, das war dann quasi vom Netz gegangen, obwohl viele von den Anbietern auch andere Rechenzentren haben. Ähm, auch die, äh, auch DNS ist nicht so, ja, also wenn man jetzt keine, wenn man es nicht ausfallsicher baut über zwei verschiedene Standorte, die am besten möglichst weit auseinander liegen, dann funktioniert dieses ganze DNS-System auch nicht mehr. Also, äh, äh, von, äh, von meinem Verständnis her, wofür das Internet damals gebaut, also damals, 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 also noch als DARPA-Net, was ja eigentlich gedacht, dass es Ausfallsicherheit bietet, dass es dezentral ist, dass wenn was ausfällt, ähm, dass es über andere Punkte quasi kompensiert werden kann. Aber das ist an der Stelle ja nicht, äh, nicht passiert. Wobei ich ja, äh, noch verstehen kann, wenn man, wenn man nicht gebucht hat, dass man Ausfallsicherheit an zwei getrennten Standpunkten haben möchte für eigene Server, dann gibt's das natürlich nicht. Aber dass sowas Essentielles wie DNS, dass das nicht standardmäßig, ähm, auf mehrere, also, dass die nicht, äh, ihren DNS-Server an zwei verschiedenen Stellen haben, das fand ich irgendwie ein bisschen unverständlich. Wobei DNS ja ein Dienst ist, der nicht so wahnsinnig viele Ressourcen braucht. Also, wie schnell sowas gehen kann, das fand ich irgendwie ein bisschen blöd an der Stelle. Ja, ich find's auch ganz schön, ja, nicht nebulös, aber doch schon sehr unverständlich. Also, gerade nicht redundante DNS-Server. Ist ein bisschen schwierig, also. Gut, das, was ich kenne an, 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 an Tools suggeriert mir ja auch, dass das zwar mehrere DNS-Server-Einträge sind, aber wer sagt mir denn, dass sie nicht alle am selben Backbone hängen? Also, dann hast du's ja auch nicht mehr mit, mit, äh, Ausfallsicherheit, äh, zu tun. Äh. Ja, also, manche Sachen werden ganz komisch nicht bis, bis, bis zu Ende gedacht mehr. Das ist halt schwierig. Also, beziehungsweise, das heißt nicht bis zu Ende gedacht, aber man kann gar nicht bis zu Ende als, als Verbraucher durchgehen und gucken, ob das auch Sinn macht, was mir da angeboten wird. Und ich überlege gerade, die DNS-Anbieter, die ich privat nutze, da stehen zwar drei Namensserver drin, aber ich weiß, also, ich könnte jetzt über, äh, 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 äh. Ich hab hier gehört, vermutlich auch jedes Mal dem Anbieter und dann weiß ich halt immer noch nicht, ob die im selben Rechenzentrum stehen, also, äh, hm. Ich krieg, ich krieg zwar schon einige Infos, aber nicht die, die ich brauch in dem Moment. Das ist, ja, da muss man so ein bisschen dem Anbieter vertrauen, dass der halbwegs, äh, ja, sinnig das durchdacht hat oder eben nicht. Das weiß man mal nicht. Das ist schade. Aber so aktiv hab ich's gar nicht mitbekommen. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich hab da auch keine, äh, 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 Kundenprojekte zu betreuen oder ähnliches oder auch Dienste so privat gehabt, die dort irgendwo auf betroffenen Servern unterwegs waren. Also, mir ist es komplett, äh, ja, egal gewesen, sag was so. Ja, ja, genau. Also, ich hätt's ja wahrscheinlich auch nicht gemerkt, wenn ich nicht, äh, selbst davon betroffen gewesen wäre. Ja. Ja. Das war noch mal so ein, äh, äh, Dings blöd gelaufen. Hm, so ziemlich. Haben wir noch irgendwie was Positiveres? Also, wir waren ja doch wieder leicht negativ heute. Ich hab was Positives, aber das ist halt auch an einer Stelle ganz, ganz doof. Also, ich hoffe, dass die dann noch zurückrudern. Ähm, ich habe letztens, äh, über meine Filterblase bei YouTube vom Dennis Schröder immer so Testberichte von Ugreen-Nasssystemen in meine Watchlist bekommen. Und die Geräte fand ich dann durchaus interessant, weil die dann wirklich, äh, für Nasssysteme potente Hardware bieten und sogar ein Betriebssystem auf Debian-Basis haben. Wo du dann auch machen kannst, was du willst rein theoretisch. Also, du musst dich gar nicht an die GUI halten. Was ich schon sehr, sehr gut finde. Also, die Systeme sind preis-leistungstechnisch echt, zumindest auf dem Papier, unschlagbar. Wo, wo man sich dann doch so denkt, äh, ist ja schon fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, zumindest stand jetzt, beziehungsweise der letzte Stand, wo ich die Info dort bekommen habe. Das hat sowohl, ähm, der Dennis Schröder da, ähm, kritisiert, als auch hier die, die, der Artikel von Linux News. Man könnte jetzt auch was anderes drauf installieren. Könnte. Wenn man zum drauf installieren nicht, äh, die Garantie verlieren würde. Wo ich mir denke, ach. Da gibt es eine eingebaute SSD, die könnte man auch vergrößern, wenn da nicht das Garantiesiegel drauf wäre. Oder drüber wäre. Also, das sind so Sachen, warum, also, warum nehme ich denn so ein geiles Alleinstellungsmerkmal oder so ein gutes Feature und tue das dann dem Kunden da noch versauen. Also, mal gucken, wie sich das entwickelt, ob es da genügend Leute gibt, die sich darüber beschweren, weil das Interessante ist. Das ist ja alles Kickstarter-finanziert oder GoFoundMe. Das war so eine, ich sag mal, Community-bezahltes Projekt oder, oder, ja, Firmenstart kann man ja schon fast sagen. Oder Projektstart, ich glaub, Ugreen gab's vorher schon. Genau, die haben vorher noch sehr, sehr gute Netzteile und ähnliches gemacht. Die haben nur die, die Nass-Systeme quasi, ähm, ge-crowdfundet, wie man's doch heutzutage so schön nennt. Ich weiß gar nicht, gibt's da ein deutsches Wort zum Crowdfunden? Gemeinschaftsfinanziert? Keine Ahnung, also, das ist schwierig. Und vielleicht gibt's da genügend Druck, dass sie sagen, naja, gut, ist eigentlich Quatsch, dass wir das für die Leute machen und dann auch nicht den Leuten so die, die, ähm, Möglichkeiten geben, das dann auch wirklich vollanfänglich zu benutzen. Also, weil mit der Hardware, die da drin ist, oder die Hardware-Ausbaustufen, wenn man da mal kurz reinguckt, was sie da alles haben, das geht hoch bis zu einem i5 mit 10 Cores und 12 Threads. Also sind da zwei Performance-Cores und acht, ähm, Energy-Saving-Cores, wie man's so nennt. Also, wenn du da was anderes drauf installierst, und ich glaube, RAM geht bis zu 64 GB, dann hast du eigentlich schon ein Mini-Server da zu stehen. Das Einzige, was dann da nicht redundant ist, ist das Netzteil. Fand ich eigentlich schon für das Geld, ähm, echt eine Hausnummer. Ja. Ja, also, äh, von dem Artikel hier. Äh, da, äh, also, warum die das, äh, machen, also, es ist eine Vermutung im Artikel, ähm, dass sie damit ihre eigene Cloud besser vermarktet kriegen, von daher wollen sie, dass du das eigene, äh, also, das Ugreen, äh, wie heißt das, U-Os? Also, die ist eine Betriebs- Ne, U-Gos. Ja, U-Gos. Dass, dass du das verwendest, damit wiederum diese, ähm, Kundenbindung, also dieser Dongle da mit bei ist. Wenn du jetzt dir ein normales Debian installieren würdest oder so ein TrueNAS oder sowas, dann ist das ja nicht mit drin. Von daher hast du den Kunden ja an der Stelle schon verloren. Also, du hast ihm zwar die Hardware gegeben, aber du schaffst jetzt kein dauerhaftes Abo-Verhältnis. Das wollen die natürlich nicht. Ja. Darum haben, also, dass es wiederum dir ist, die ist gierige Zeugs, also die, äh, äh, beschrecken sich nicht da drauf, ordentlicher, äh, oder wahrscheinlich ordentliche Hardware zu produzieren, die man, äh, kauft, weil sie gut ist, sondern sie wollen dich an die kurze Leine legen, wie das viele andere auch vorhaben. Und ja, also, eigentlich wieder dasselbe Spiel, was, was wir heute ja eigentlich schon den ganzen Abend durch haben, ne? Ob das jetzt, äh, Canonical ist, ob das jetzt, äh, angeschnitten auch Red Hat ist oder, äh, was hatten wir noch dabei? ESX, also, äh, Broadcom. Ja, genau. Also, es ist ja eigentlich immer wieder dasselbe. Und das Blöde an diesen ganzen Sachen ist, diese Konzepte funktionieren viel zu häufig. Mhm. Das ist das, was, was, ja, schade dran ist. Aber was ist schade? Das ist halt... Das Gemeine dran, die kommen damit viel zu oft durch. Kaum wird's Frühling, wird dann nie das große Geld. Ja. Ist, ist leider wirklich so. Und, äh, diese, diese Hardware, die da verbaut ist, also, ich hab, ich hab keine Ahnung. Ähm, ich kaufe sowas viel zu selten, von daher kann ich es nicht einschätzen. Ist das für das, was da drin verbaut, ist eigentlich viel zu günstig? Zu günstig nicht, aber durchaus fair. Also, du hast ja quasi... ...schon eine Grundausstattung für einen Server. Es fehlen halt noch die Platten, aber... Boah, ein i5 mit 8 GB DDR5-Speicher. Steckst da noch ein paar Festplatten rein, hast schon ein Gehäuse, all das. Ist schon okay, also... Und am spannendsten ist ja dieses reine NVMe-NAS. Also, da, die haben jetzt ein NAS, ähm, mit... ...vier oder fünf NVMe-Slots, die du quasi belegen kannst, dass du deinen gesamten Speicher auf NVMe-SSDs hast. Was... ...interessantes. Einfach mal interessant. Ich glaub, das sind die Ersten, die das irgendwie so haben. Dann müssten die ja ein eigenes Mainboard entwickelt haben, wenn's das woanders so nicht gibt. Bestimmt. Oder? Ja, klar. Oh, okay. Hm. Ja, oder entwickeln lassen. Ich denk mal so, dass die Hauptplatine oder das Mainboard ist in den Ausbaustufen überall gleich. Nur eben die, die, ja, SATA-Anschlüsse sind dann halt verschieden, dass du da verschiedenste Festplatten reinkriegst. Ach so, der Rest. Ja. Hm. Das werden die schon halbwegs effizient in Serie produzieren und alles, äh, was nicht zur, zur größten Ausbaustufe erreicht hat, fällt dann halt eine, äh, Ausbaustufe runter, so wie es halt auch, ja, in der Industrie halt überall ist. Wenn's kein Arbeitsspeicher mehr wird, wird's halt noch ein USB-Stick und wenn's dafür nicht mehr reicht, dann vielleicht noch eine SD-Karte. Nee, andersrum. Was zum Arbeitsspeicher nicht taugt, wird erst zur SSD, was dazu nicht mehr taugt, wird, äh, zur SD-Karte und alles, was dafür nicht mehr taugt, wird halt noch in einem USB-Stick verlötet. Ähm, äh, aber Arbeitsspeicher funktioniert ja schon anders, also der, äh, ist ja nicht, also der braucht ja in gewissen Abständen wir die Auffrischung, damit die Daten nicht verloren gehen, ähm, die, äh, also entweder hier, äh, Flash von wegen auf, ähm, ähm, NVMe zum Beispiel, das dann, dann, äh, und dann geht das irgendwie rund, also, was war das? Das Schlimmste? USB-Karte? USB-Karte? SD-Karten ist das Ende? Nee, nee, SD-Karte ist, 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 ist der bessere USB-Stick, also, vielleicht hab ich auch Arbeitsspeicher jetzt reingemogelt, hast eigentlich recht, das passt technisch nicht, also, was zur SSD nicht mehr taugt, wird vielleicht noch mal zu einer SD-Karte und, wenn auch das nichts mehr, äh, hilft, ähm, wird's halt zum USB-Stick, so gefühlt, irgendwie so. Also, 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 da wird nicht so schnell was weggeschmissen, das wird da einfach nur umgelabelt und in einem anderen Produkt verbaut, das ist gang und gäbe. Tja, so, das war denn das Halb-Positive am Ende noch. Ja, ja, also, ich hoffe, dass das, ja, da noch ein bisschen Druck ausgeübt werden kann, gerade wenn das ganze Kickstarter finanziert wurde, dass die halt nicht so einen Quatsch machen. Oder halt, ja, wenn die Preise noch vielleicht fallen in Zukunft auf die Produkte, das sind ja alles UVPs, ah, da müsste man für sich selber abwägen, ob man sich jetzt so denkt, ach komm, Garantie bau ich eh nicht. Für das Geld baue ich mir da selber eine Open Media World oder direkt ein Proxmox oder weiß der Geier, was man machen kann. Also, das sind ja alles Möglichkeiten, die man hat. Also, ich kenne die Firma jetzt nicht, aber wenn das eine chinesische Firma ist, dann ist es vielleicht ja sowieso grundlegend problematisch, da irgendwie Gewährleistung, Garantie durchzusetzen. Und dass es dann eigentlich sowieso egal ist, dass du so ein Ding dann günstig kaufst und sowieso was anderes draufschmeißt und Garantie ist dir eh egal, weil du sie doch nicht, nicht im Falle eines Falles kriegst. Das ist aber gut, dass du es mal ansprichst, siehst du, da habe ich noch gar nicht geguckt. Also, Hongkong, was ist denn das für eine Firma? Hongkong Ugreen Limited, die Seite haben sie zwar auf Deutsch übersetzt, aber, ja, Kontakt, was haben die da, ah, Aliexpress haben die extra eine E-Mail-Adresse, Amazon, oh, achso, ach, das gibt auch GmbH, Ugreen Group GmbH in Laatzen. Ah, ja, siehst du, siehst du, ich auch gerade. Aber was ist das für eine Postleitzahl? Ist das in China in Laatzen? Nee, da fehlt vermutlich zwischen der Mannheimer Straße 13 oder 133 ein Leerzeichen, ich weiß es noch nicht. Ah, okay, okay, okay. Was haben die denn da? Wahrscheinlich heißt es ja 3-0. Ja, es fehlt das Leerzeichen zwischen der 13 und der 30, 8-8-0. Dann passt das ja. Mensch, einfach mal so ein Schreibfehler in einem Podcast gefunden. Oh, kann man sowas kriegen? Mit dem Highline können wir doch abschließen. Haben wir sogar noch was Gutes getan. Besser wird's nicht. Ich glaub's auch nicht. Ja, gut, gut. Bestellungen über 14 Euro sind Versandkosten frei, steht ganz oben. Das fand ich jetzt. Das kann man auch mal machen. Das stimmt. Huiuiui. Ausstandangebote. Und dieses Ugreen OS ist ja auch noch nicht, also, in Ansatzweise fertig. Also, ich hab da die ersten Tests gesehen, Scabla hat's ja auch noch mal kurz reingeschrieben. Das ist alles noch nicht so doll, was sie machen. Und vorher wurde auch noch geschrieben, dass da irgendwo noch leicht was verbuggt ist. Mit Zugriffsrechten. Ohne Authentifizierung. Ja gut, das ist natürlich eher doof. Ja. 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 Hm, hm, hm. Hm. Ja. Also, von daher, wer unbedingt sowas haben will, wenn das wirklich eine günstige Hardware ist, nehmen und was anderes drauf installieren, damit man diesen Quatsch losführt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, also, sobald irgendwo ein chinesischer Hersteller mit involviert ist, würde ich ungern fertige Software von dort nehmen. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie hab ich da so meine Bedenken. Ja. Ja. Ähm, ähm, äh, 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 wieder so ein Themensprung. Ich weiß nicht mehr, wo ich's gesehen hatte. Äh, wo's in dem Artikel darum ging, dass China unabhängig werden will, muss von, äh, 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 importen, unter anderem auch CPUs, da gab es eine Liste mit, ähm, naja, sagen wir mal Eigenentwicklung, um das ganz weit zu fassen, äh, eigene CPUs, die Seite war komplett auf Chinesisch, aber der, die integrierte Übersetzung von Brave, die war gut genug, um, äh, äh, das, ja eigentlich doch relativ, äh, verständlich zu übersetzen, und da gab es auch eine Liste mit, äh, Distributionen, die extra nur für den chinesischen Markt sind. Also nicht sowas wie, äh, das Ubuntu Keilen, was zwar auch dafür gedacht ist, aber was du immerhin noch auf Englisch installieren könntest. Also direkt offizielle Distributionen für den chinesischen, äh, also für, fürs Inland und auch, äh, zertifizierte Distributionen. Und da stand im Text dann drin, dass die auch dafür geeignet wären, um, äh, Programme des Staates auszuführen. Und, also, äh, allein, es würde mich mal interessieren, was da, also was dabei ist. Bloß meine chinesische Kenntnisse sind nicht vorhanden, äh, und ich habe, äh, einfach mal diese, diese Zeichen angeklickt bei dem Installer, äh, um mal zu gucken, ob ich irgendwie optisch sowas finde, was so aussieht wie, äh, jetzt wähle eine Platte aus oder sowas, aber ich habe es nicht hingekriegt. Also, äh, fände ich schon durchaus interessant, das mal, äh, zu gucken, äh, was da so ist, wo du gerade sicher sagst mit chinesischer Software, was die da so machen. Aber ich kann es nicht lesen und da es grafisch ist, äh, kriegt man es ja auch nicht rauskopiert und in so ein Übersetzungsding reingeschmissen. Ja. Aber ja, durchaus eine interessante Sache. Mhm. Und bei den anderen Sachen, man weiß halt auch nie, was drin ist. Ja, viel interessanter ist ja bei diesen Distributionen, äh, nehmen die es dann einfach in Kauf, wenn die Festplatten volllaufen? Weil ermitteln können sie es eh nicht. Discfree müsste ja verboten sein. Hm? Warum, warum? Naja, der, der braucht ein bisschen, aber, äh, wegen Free. Ach so, ah, haha, nein. Okay, gut, ja. Ja, ja. Hm. Solange es nicht Disc-Tibet heißt. Ja. Ich glaube, dann wird das, äh, Rechenzentrum, äh, bei denen wirklich in Brand gesteckt und dann gleich abgesoffen. Irgendwie so, ja. Hm. Ja, die Pinnung. Ja, das ist mal auch schon gruselig. Einsatz von AMD und Intel-CPUs in staatlichen Einrichtungen sind inzwischen untersagt. Es gibt eine Liste von 18 eigenen lizenzierten CPUs. Das ist jetzt in Bezug auf China hoffentlich der Kommentar. Ja, 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 ja. Genau, also, ähm, da haben wir wahrscheinlich denselben Artikel gelesen, wo das drin, war das, war das heise Golem, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwo stand das und von da bin ich dann weitergesprungen zu dieser, äh, äh, staatlich zugelassenen Distribution. Hm. Also, die fährt hoch und da ist dann so ein Swickern, also als, als Hochfahranimation, so ein eckiges, äh, smiley Gesicht, was macht. Ach Gott. Was möchte mir das jetzt sagen? Also sie sehen dich und sie wissen eh alles, vermute ich Vielleicht willst du mir das sagen Ja, es ist schon gruselig, vielmehr ist ja mal die Frage, achten CPUs was können die und wie in Anführungszeichen konkurrenzfähig sind die Das wäre mal viel interessanter Also zum einen gibt es CPUs, die auf ARM basieren Das sind denn ja so Halbeigenentwicklungen Bei ARM kann man ja diese IP-Lizenzen oder diese Bausteine kaufen und die zusammen kombinieren dass man da eine eigene CPU draus baut die aber aus diesen Bausteinen weiterhin besteht, also der Eigenanteil kann größer oder kleiner sein Und dann gibt es auch x86 CPUs die Wo kommen die denn her Ist das so ein von über via oder über Cyrix, dass es da dass sie sich da irgendwie so halb eingekauft haben Also diese Firmen, die sind Gibt es via noch? Via CPUs und Cyrix? Kann ich dir gar nicht sagen Das ist eine gute Frage Ja, also finde ich durchaus spannend denn Also eigentlich ist es ja problematisch dass dieser ganze x86 Bereich bei zwei Firmen liegt Also AMD und Intel Es gibt ja eigentlich keine richtigen Also es gibt auf dem Gebiet ja eigentlich überhaupt keine Konkurrenz mehr Das ist durchaus problematisch auf Nee, Cyrix wurde 97 aufgelöst Okay, gut Ja, und via Das sind Ah, jetzt sind wir schon wieder im Bereich Computerarchäologie Ja, hier wird gerade Ich schrieb vieles Davon sind ARM CPUs Die x86 Modelle sind so technisch zehn Jahre und daher das kann gut sein weil Genau Die, die es könnten sind ja nicht mehr Teil von China Und man darf ja das gar nicht laut sagen Hat aber auch schon wieder schon wieder Äh Ja, genau Die sind da Ja Das hat schon wieder ganz ganz komisch geopolitische Auswirkungen nennen wir es mal so Also ich glaube damit wollen Weiß nicht Also manche Sachen in der Welt die doch nicht mehr hinterfragen Jetzt versuchen sie China den Wind aus den Segeln zu nehmen indem sie nicht mehr gute CPUs benutzen dürfen Zwingen damit China dazu selbst eine CPU zu entwickeln die wenn die konkurrenzfähig ist äh ja den Silizium Schild von 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 der Inselkolonie vor der chinesischen Küste dort äh schwächt Also weiß ich nicht Ganz komische Nummer Ja Das stimmt Ja Wir werden sehen wo da die Reise hingeht also irgendwann werden wir da was sehen und äh Nash äh äh dem Genre geht's gut Hm Hatte Ja, genau Er hatte nur eine Begegnung beim Dentisten Ja Deswegen ist der sprachtechnisch heute eingeschränkt dementsprechend ist er nicht dabei Bevor da hier wildeste Theorien wieder Das ist das ist eigentlich blöd nicht Also mit diesen Spekulationen hält man ja so äh also die diese Verschwörungstheorie die sind ja auch dafür da um so äh das die Aufmerksamkeit hochzuhalten Ja stimmt Also von daher also vielleicht hätte also wenn wir jetzt noch so ein paar äh sehr subtile äh Dinge eingestreut hätten wäre dieser Podcast vielleicht hinterher so richtig hochgegangen wenn ich jetzt hier zum Beispiel Moment ein subtiles Zeichen habe ich gerade ein Pinguin an der Hand kann ich den Pinguin hochhalten äh dann mache ich doch welchen da ist ja alles vorbereitet ist bloß woanders einfach unkommentiert in die Kamera halten also so wie ich es eh immer mit meinem Mikrofon mache ach das ist richtig subtil das hat auch was zu bedeuten ja ja und dann um nochmal wieder zurückzukommen es gibt ja auch noch die ähm RISC-V äh Systeme mit der freien äh CPU äh also äh Instruktionsset und fertige ähm ähm ja so Layouts gibt es ja auch dafür also dass du wenn du natürlich die Belichtungsmaschinen und die ganzen Hallen hast wo man sowas herstellt ähm die auch produzieren könnte ich glaube da waren auch ein paar drin also nicht nur ARM sondern äh x86 sondern auch RISC-V gab es glaube ich auch noch genau also RISC-V kenne ich auch noch also irgendwas haben die mal gemacht und bedeutet dass sie irgendwo in Erinnerung geblieben sind ja also ja gut das sind die Ausflüge am Ende wenn wir eigentlich nicht mehr wissen was wir weitermachen sollen mein Zettel ist damit auch da kommen wir doch einfach zum zum Ende der Podcast-Folge äh schmeißen wir nochmal den Werbeblock hinten ran kann denken es gibt auch wenn er gerade nicht da ist äh Jean mit Linux Guides auf YouTube ähm Linux Guides Admin als Zweitkanal ähm dann gibt's dann noch die Tux-Tage wieder diesen November dann gibt es noch den Hauke mit nicht der weiße letzter Schluss auf YouTube dann nochmal auf Peertube und dann noch an die Keylooks denken die sind dann im September und dann haben wir natürlich dich auch wo wo ist es eingefroren ne alles gut hier war gerade die Ladeanimation ähm ne dann gibt es natürlich noch dich hier Saint of Sinna äh täglich äh täglich nein es ist schon zu spät wöchentlich natürlich mit zwei Live-Sendungen äh wobei du im Anschluss heute glaube ich nichts mehr machst oder ähm doch ein bisschen weitermachen wir heute noch ach doch okay bei dir gibt es ja immer zwei Tage in der Woche nämlich Dienstag und Donnerstag wo wir äh Leute einmal beim Zocken zugucken können und bei äh anderen Projekten genau aktuell ist es sogar so ich hab's da geht am besten auch mal rein ja ich hab's umgeplant das ist jetzt Dienstag und Donnerstag Technik weil ich inzwischen so viel in der Pipeline habe und so zocken mach mal dann irgendwann anders außer Plan okay das gibt's ja auch immer meine Güte jetzt ist deine Ladeanimationen bei Twitch kurz angekommen ja die ja ja also ich hab sie gerade wieder zucken äh gesehen echt dein Bild war kurz weg aber Ton ist top ach super okay okay ja da sind wir auch noch ein bisschen bei um dann mal zu gucken woran es eventuell liegen könnte dass da hin und wieder so kleine Aussetzer sind was sagen wir noch dann ähm nächste Woche äh findet der 1. April nicht am 1. April sondern am 4. April erst statt da gibt es wieder eine GNUVC Sondersendung mit äh Mist mit Flausch da könnt ihr gerne vorbeigucken das gibt's denn auf Linux Guides und äh ja also YouTube und äh Twitch und Linuxguides.de schrägstrich live ja haben wir noch was nö dann damit haben wir den Werbeblock abgehandelt ich sage danke fürs dabei sein an dich Hauke danke fürs dabei sein an jeden der hier gerade in den verschiedensten Chats dabei ist und auch danke an den geschätzten Hörer der das dann noch im Anschluss bei Spotify äh hört oder sich dann nochmal anguckt auf den YouTube Kanälen von dir oder den von den Tux Tagen ja genau also vielen Dank dass äh dass du das wieder so eingerichtet hast denn du machst ja auch die Technik dafür äh ja genau war wieder eine nette Runde und äh ja bis zum nächsten Mal irgendwie hier dort sonst wo gibt ja genug Glück äh Möglichkeiten wo man uns äh sehen und hören kann dann Untertitelung des ZDF, 2020